aber dann nehme ich immer das klassische team mit goku, vegeta und aus dem grund dann mache ich ganz gerne team erwachen fähigkeit und dann skipp ich mit jedem einmal durch und mache eine fähigkeit relativ gute combo eigentlich muss halt nur klappen ist schwer hast du brot hast du brot hast du nicht mal irgendwo was wo ich spenden könnte immer so in den anderen ziel rein ehrlich lustig freundlich stand da auch irgendwie donated mit 30 euro oder so und ich dachte erst 30 euro alles gut zuerst die fähigkeit gemacht ich die erste fähigkeit gemacht ich habe sogar noch durch aber er macht sie einfach nicht okay er spielt schotow pass auf aber ich muss er auch passen noch an der verteidigung wusste doch das kommt wir spielen eklig wir spielen eklig machen wir weiter so machen wir das weiter so boah scheiß fähigkeit zum kontern alter der macht doch selbst gleich erwachen oder nicht scheiße falsche fähigkeit gemacht auch noch dadurch voll in sein erwachen reingeknettert macht aber nicht so viel schaden macht nicht so viel schaden machen wir auch erwachen jetzt würde ich sagen was warum geht mein körper nicht ins warum geht es nicht durch warum geht es nicht durch dieses lachen ist es ist mal lustig so eine runde zu gewinnen ist doch mal lustig machen jetzt auch weiter den kampf müssen wir gewinnen jetzt kein bock heute noch was zu verlieren bin ehrlich er macht auch die ganze zeit die hier man möchte jetzt auch ab er macht auch immer die klar hier ich wollte noch anders kämpfen man hat es kurz gewinnt aber dann machen wir das auch so den sieg würde ich sagen würde sagen wir machen wir auch so den sieg das ist gar davon eins bis azi wie azi war die aktion der skala von 1 bis azi wir fragen mal nach einer revanche ich mach das safe nicht wurde bestätigt er ist er ist halt er versucht nur mal zu spielen wir versuchen nur mal zu spielen ist jetzt kaputt gelacht siehst du damit lachen lachen ist auch eine art sport also hast du heute den sport schon getan ist auch gut beim lachen werden glaube ich sogar mehr muskeln beansprucht als beim sport einmal wird man gerne noch mal hier links chat haben danach ich sehe der hat er pariert sogar aus danach auf dem nahkampf sogar jetzt macht er wieder mit dem mit dem ist auch immer also unterwegs gewesen ja dann macht er immer den er macht auch immer die ja ich weiß dass es gleich ist wir haben dings gemacht revanche er wollte revanche haben revanche ich wollte noch erwachen vor machen vor der genkidama dann hätten wir fast gehabt aber egal er kommt nicht klar mit der mit der attacke er kommt damit nicht klar erwachen kommt durch von ihm und durch ich habe nicht durch oha er hat sich aber weggeportet beim kmbh oha endlich fies gewesen von ihm direkt erwachen dahinter jetzt machen was warum dominiert er denn die ganze zeit mit dem vor allen dingen auch so lange übertrieben lange ja nice sollte durch den nicht durch das erste mal dass es nicht klappt das erste mal dass es nicht klappt müssen wir erstmal das hier weiter machen würde ich sagen scheiß und seine ulti geduld das sind nachher bestimmt die punkte die fehlen macht aber nicht viel schaden ich glaube er meldet mich gleich er meldet mich gleich ich sag er meldet mich gleich huch allein der spruch huch wasser schon lang nicht für den rang aufstieg ich habe bock auf eine revanche guck mal was ich bekommen habe guck mal was ich bekommen habe hast du es gesehen und ich bekomme von ihm ich freunde das anfrage annehmen gehe mit ihm in eine party oh man der wird mich zusammenscheißen in der party wahrscheinlich links ich versuche ihn ins stream zu holen dann kann er hier reinschreiben sein hass der hass gegen mich dann sage ich auch dings ich sag denn schad wollte dass ich so kämpf schad wollte dass so ein elfjähriges kann sein guck mal noch mal freundschaftsanfrage erhalten exzept bitch oh man ey der hat der hasst mich jetzt ist er anders wild drauf jetzt fängt er ja nur noch ich glaube der haut hier gleich börder raus im chat der wird mich hassen der hasst mich der hasst mich komplett wer den nicht gefallen ich bin dabei glaube ich in der abwehr eigentlich eigentlich war ich in der abwehr ich bin nicht durch er ist in dieses eis reingelaufen deswegen geht das nicht auf entertainment basis auf ich werde ganz schnell mal weggefahren auf twitch basis wahrscheinlich so wie er mich beleidigen wird und warum trifft die ganze zeit jetzt nicht meine meine ulti fähigkeit ich bin aber auch nicht zu fassen dass man mal checkt ey er macht den so häufig ich gehe jetzt meine verteidigung oder so wir nehmen wir mal an wir nehmen an erst mal schreiben erst mal schreiben wir sorry musste grenzen hat ein sprachchat gestartet weiß nicht mehr ob er mich hört hat äh hello 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 are you there i can't hear you nah what do you say Spamme, 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 Spamme Ach, Spamme Yeah, jetzt, now I understand Yeah Okay Okay Alles klar, weiß ich Bescheid Was ist er denn gewesen? Ich habe ihn erst noch nicht verstanden, weil er da mit einem Toaster unterwegs war Oh Mann ey, ganz wilder Nummer, ganz wilde Nummer Oh Mann Dings, wir machen Anfrage für privaten Kampf Was sagst du? Machen Anfrage für privaten Kampf Ich glaube, der war nicht elf Der war, der war Dings Der war Dings, der war Null Der war Null, deswegen auch das Toaster-Mikrofon Er musste aber auch jetzt Er musste den Sprachstatt und das loswerden Er musste das machen Sonst, save heute nicht schlafen Hätte er das nicht gemacht, wäre er heute nicht ins Bett gegangen wahrscheinlich mehr Bis er das losgeworden wäre Freundes einen, lieber aus Wir nehmen auch, auf sympathisch, anderen Charakter Dass er nicht sagt, nur Spam Gut, vielleicht habe ich ein bisschen gespammt Aber ey, komm Was hat er denn am Ende gemacht? Sei ehrlich Ich habe auch vernünftig gekämpft am Ende Er braucht seinen Namen gar nicht mehr auf der Pfanne Muss ich sagen Wie hieß er denn nochmal? Ich hoffe, ich finde ihn gleich so Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Mal gucken, ob er macht Mal gucken, ob er macht Lustig wäre auch, wenn er reinkommt jetzt gleich Oh, mega sauer Ich will schon machen, soll ich erst Kampf annehmen Soll ich erst Kampf annehmen Oder er ist jetzt zu Mama gegangen Und habe von dem Spammer erzählt Kannst du halt auch haben Eben Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020